Hi Grüße, ich bin die Kathi, ich bin heute bei meinem Sponsor und ich habe heute eine Fotoshoot, wenn wir jetzt schauen, was mich da drinnen erwartet. Seit meinem Weltcup-Sieg hat sich mit mir etwas geändert. Ich habe Geschichte geschrieben, das war immer mein Traum. Ich bin lockerer, bin immer so versteift. Das war ein richtiger Motivationsschub, weil man einfach sieht, wo es möglich ist im Biathlon mit einem guten Schießen, mit einem passablen Laufen. Wir haben zum ersten Mal heuer ein richtiges Damenteam mit sechs Athletinnen. Wir ziehen alle an einem Strang und unser Zusammenhalt in der Gruppe ist richtig gut. Da macht es auch Spaß, das Trainieren. Der Heimweltcup ist einfach schon nochmal was Schöneres, wo man weiß, die Strecke ist bekannt, der Schürstern ist bekannt, die Leute, die da sind, die Familie, die an der Strecke stehen. Kathi ist auch ein ganz nettes Tunnel. Sie besucht ihn gleich wieder. Wenn es daheim ist, sind wir schon dabei. Da müssen sie sich austauschen. Ich freue mich auch total drauf.